Guck mal, Mutti, ich will da mal noch was zeichnen. Das ist der Inhalt von meinem Tresor, gell? So, und das sind unten drei Aktenordne, so, 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 Karteimobben, weißt du, wo es in verschiedenen Fächer drin ist, von Beweisen mit der Gerichtführung gehe ich mich, ne? Das sind über 5 Kilo Beweismaterial analog, gell? So, und ich habe da oben das ganze Zeug, was da drin war, hatte ich alles oben auf die Aktenmobben drauf. So, jetzt wollte ich aber an die drei Aktenmobben ran und wollte was einsortieren, muss ich erst mal das ganze Zeug oben drüber abräumen. So, jetzt habe ich da natürlich schon gedacht, mein Tresor ist 30 breit. So, jetzt pass auf, ursprünglich ist von hier nach hier ein Blech. So, das Blech ist aber, wie ich mich hochgefahren habe, glaube ich leider Gottes im Norbert seinen Koffer rumgeblieben. So, jetzt wollte ich nicht, dass ich einfach an Blech da quasi eine Pakete hochstecken muss. Jetzt habe ich gedacht, okay, Tresor ist 30, kaufst man ein Sperrholzbrett 30. Jetzt habe ich das Sperrholzbrett gekauft, jetzt gucken wir, jetzt geht es aber bloß bis hier. Jetzt fehlen ja aber von hier nach hier, dass das anliegt, das Brett, noch 4,5 Zentimeter. Jetzt habe ich einen alten Pappkarton gehabt, den habe ich da doppelachig genommen, mit ganz starkem Papp, und habe den mit kleinen Schrauben da drauf geschraubt, hab den mit kleinen Schrauben da drauf geschraubt. Das ist ja eh da hinten, das Zeug, was da drauf ist, ist ja leichtes Zeug, weißt du? Und da hält es quasi jetzt, pass auf, da hält es hier über die Schrauben, hier. Kann man sogar ordentlich Druck aufbringen, einigermaßen. Und das, 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 das geht dann, das Papp geht dann weiter, bis hinten an die Wand lang, bis hinten an die Wand lang, weiß nicht, kann ich hier, äh, ja. Und liegt dann quasi da hinten auf dem Ding auf. Und dann habe ich, guck, habe ich das, äh, Papp mit so kleinen Schrauben da drauf geschraubt. Ja, und ich gucke sogar unten ein bisschen raus. Ich habe halt nichts Passendes gehabt, aber ist putzig. Auf jeden Fall habe ich jetzt quasi dadurch dasselbe gebaut und einigermaßen Boden, den ich ja heute ein wenig gebastelt habe, und habe dort die Dinger unten drunter und kann die unten, zack, muss ich nicht abräumen, gar nichts, nehme ich hier raus, zack, fertig. Kann ich hier rausziehen, fertig bin ich. Kann ich aber dann reinstecken. So macht das für mich am meisten Sinn. Geil, oder?